Und der Jalla hat offensichtlich einfach schon so Jahre jetzt gehabt, wo er enorm viel Selbstverantwortung tragen musste und durfte und hat eine Reife, die, also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber manchmal habe ich das Gefühl, in manchen Dingen ist er reifer als ich. Es hört sich wirklich komisch an, aber ich habe das Gefühl in manchen Dingen, also nicht nur als ich, aber das andere in meinem Alter. Er hat enorme Klarheit in vielen Dingen. Deshalb konnte er mit der Köln-Sache und so umgehen. Er ist einfach seinem Alter in einigen Dingen voraus. Ich kann es aber nicht verbal mit ihm kommunizieren jetzt genau. Ich kann nicht total ins Detail gehen. Es ist auch nicht so wichtig. Er ist es. Das spüre ich und schauen wir mal, wie es weitergeht. Welche Einflüsse kommen und was dann versucht wird, mit ihm zu machen? Und was Dinge mit ihm machen dann? Ich glaube, er fühlt sich sehr, sehr, sehr wohl bei uns. Ich glaube, es geht ihm richtig gut.